3 Flaschen Wodka Zuerst einen kurzen Hinweis. Das ist eine echte Geschichte. Und die ist echt nicht für Kinder gedacht. Ihr hört Nikos Letzte Chancen. Niko, das bin ich. Hier geht es um meine Geschichte. In Folge 1 schauen wir in meine Gerichtsakten. 3 Flaschen Wodka. Ich werde auch tot. Ja, aber du musst dich anfangen. Du musst dich anfangen. Du musst dich anfangen. Wenn du ausgestreckt hast, habe ich auf der Gase gewusst. Das ist die beste Wahl. Ja, aber wenn dann niemand mehr hat. Und die Leute brauchen das. Es wird dann keine Rolle mehr. Ist das gut oder ist das schlecht. Ich bin froh, dass wir noch leben. Kannst du noch etwas runterziehen? Ja. Das hier ist übrigens Matthias von Wartburg. Er ist Journalist. Und macht mit mir den Podcast. Das sieht gut aus. Ja, ich begleite dich für den Podcast das ganze Jahr. Hast du das Gefühl? Wie wird das Jahr? Ja, also... Es ist recht lange. Ich musste belegen, ob ich das überhaupt will oder nicht. Mhm. Ich kann ja das nicht sagen. Ich sage vielleicht, es wird so oder so. Und es kommt dann ganz anders. Ich habe keine Ahnung. Ich habe sicher nachher meine Ziele. Ja. Aber die Reise nachher führt. Darum ist es sehr spannend eigentlich, wo sie nachher führt. Ja, genau. Wieso hast du dich dafür entschieden, zu mitmachen bei diesem Podcast? Also das ist eher so ein bisschen... Ich habe ja mit dem Leiter hier recht lange über das. Mit dem Sam. Und... Es ist schon ein bisschen... Also ich habe das erst als Dankeschön gemacht. Weil ich jetzt gesehen habe, das ist etwas, das du danach zurückgeben kannst. Man hat doch etwas geeignet gesucht. Und man hat das Gefühl, der bleibt vielleicht noch ein Jahr hier. Und nicht vielleicht die Leute, die halt sagen, sie bleiben sie auch. Bleiben dann zwei, drei Monate. Ich glaube, das waren solche Sachen. Und ja, ich habe das wirklich auch als Dankeschön gemacht. Und gleichzeitig. Aber auch für mich, dass ich irgendwann in den Jahren, wenn es gut läuft, dass ich es eigentlich zurückschauen kann und reinhören kann. Sei es mit irgendjemandem. Da muss ich es nicht mehr selber erzählen, sondern kann ich es einfach nur noch abhören. In der ersten Folge... Jetzt geht es eigentlich darum, die Lehren zu kennen. Ja. Und ich habe etwas mitgenommen. Oh. Deine Akten. Und ich habe mir überlegt, ich kann mir jemanden am besten lernen kennen. Mhm. Wir blättern auch da seine Akten. Ja. Und deine Akten, muss ich sagen, ist ziemlich dick. Ja, ich sehe es gerade. Also, es sind im Ganzen, ja alles durchgelesen, es sind 150 Seiten. Ach so. Ah gut, da ist natürlich das Ding drin, das Gutachten wahrscheinlich. Gutachten ist drin. Ja gut, aber das Gutachten ist allein auch schon fast 100 Seiten. Das ist sehr dick. Und dann auch von allen Institutionen, wo du noch bist, Eintritt, Austrittsberichten, Gerichtsakten. Und ich würde sagen, komm, wir steigen doch mal in die Akten ein. Also, was man kann sagen, du bist ja Nico, du bist 33. Ja. Und dann, wenn man da mal schaut, in diesem Gutachten, steht da auf Seite 32 persönliche Lebensgeschichte, Kindheit, Schulzeit. Mhm. Da steht, du bist in Ihrer Bauernfamilie in Heimischwand aufgewachsen. Das ist richtig, Wie war das? Also, ich würde sicher nicht duschen mit irgendeinem Stadtkind. Oder, äh, sonst irgendeinem Ort. Also, ich glaube, als Kind auf einem Bauernhof aufzuwachsen, ist sehr, es ist eine unbegrenzte Möglichkeit, was du machen kannst. Also, es war sehr schön eigentlich, ja. Wir hatten so unsere Plätze, unser Wald, wo wir immer gehen, oder der Schulplatz, gerade neben der anderen, Äh, ja. Wir waren früher mit Törfern rumgefahren, oder sonst schon mit dem Auto, so recht früh, so. Ja, also wirklich, kann ich mich so zurückerinnern. Ich wollte jetzt nicht duschen. Es gab aber immer mehr Probleme in der Schule, und meine Eltern waren überfordert. Wieder unterscheidet nach, in der siebten Klasse kam er in ein Kinderheim in Äschi. Mhm. Was ist dort passiert, oder was ist der Grund gewesen? Ja, ich glaube, die Lehrer eigentlich nicht mehr so weiter gewusst, wie mit mir jetzt, und... Ja, aber sie war dann erwachsen, ein Schulheim. Aber es ist wirklich wichtig zu sagen, es war halt vor, sagen wir mal 30 Jahren, nicht ganz 30 Jahren. Und man sagt doch heute, das war sicher nicht die richtige Lösung, denn man hat sich auf die einfachen Jahre gemacht, dass es nicht mehr geht, dann versetzen. Aber du bist dann in ein Schulheim gekommen, und dort kommen wir schon zum nächsten Thema, in dem Gutachten mit dem Titel Konsumpsychotropa Substanzen. Ähm, das steht mit 12 Jahren schon von Zigaretten rauchen, aber eben auch in der Vorlehre, die du gemacht hast, gekifft, Alkohol konsumieren. Wie hat sich das entwickelt mit deinem Drogenkonsum? Ja, also entwickelt, es ist schwierig zu sagen, weil es dann auch so weiter war. Also es war so, als ich zuerst mal die Offenbarkeit bekam, das war nicht vom Bauernhof, das war auch nicht in der Schule, wo ich nicht war. Das war dann erst im Schulheim. Und dort bekam die Leute zusammen von überall wirklich die Probleme, sage ich mal. Und dann kam mir dann in Berührung mit Gras und mit Zigaretten, vor allem zuerst mal. Also es hat mich immer gerecht, so etwas zu versuchen, was nicht legal ist, was einen benäbelt, sage ich mal. Das hat mich immer gerecht, ja. Und es sind dann noch so die, ja, man sagt eine Einstiegsdroge, aber, man sagt immer so, sage ich nicht einmal Einstiegsdroge, es war so, einfach gekifft. Aber bei dir war es eine klassische Einstiegsdroge, oder? Das kann man nicht besser beschreiben, das ist so. Also noch während der Lehre sind Amphi-Drogen? Ja, genau. Der Lerner ist irgendwie so. Aber es hat sich dann erweitert, man ist zuerst älter geworden, 16, 17 Jahre, zum ersten Mal Partys gegangen. Und umso weiter man weg ist gegangen, umso näher sind die Drogen gewesen. Und da hat man schon Partys oder Festivals und so, hat man aber schon konsumiert. Amphetamine, aber Amphetamine, Kokse jetzt noch nicht, das habe ich dann gar nicht gekannt. Ich wusste nicht, was Amphi ist. Ich wusste nicht, Ja, man hat das dann genommen, außer es ist der WG auch weitergegangen. Ich habe dann eine Lehre als Maurer gemacht, dann aber immer mehr Drogen genommen, habe viel verschlafen, bis es nicht mehr ging. Das ist dann noch in den Lehrjahr verloren, im dritten Lehrjahr. Und dann bin ich auf der Suche nach Koks, wo wirklich aber nicht so viel Geld dabei hatte, vielleicht 100 Franken. Und dann war ich in den Bauern unterwegs, im Casa, Macello, das ist so eine bekannte Shop, so eine Bar. Und dort habe ich echt Kokino gekauft und habe gesehen, also dann habe ich einen gefragt, aber nur 50, glaube ich nur die Hälfte für die Hälfte. Und dann sagt man, nimm dich Sugar, zum halben Preis bekommst du aber das Doppelte. Und was ist Sugar? Keine Ahnung. Es ist auch eine Droge wahrscheinlich. Und dann habe ich auch die Läge, ob ich verloren habe, besoffen war, und dann sag ich, hey, nicht mehr Sugar, es gibt das Doppelte. Besser geht es ja nicht, oder? Gleich noch ein Happy Ende diesem Tag. Und so bin ich dann auf die Heroin gekommen. Aber ohne wirklich, ja, ich habe nicht gesagt, ob ich mal Heroin probieren und schaue, wie das ist. Ich war wieder aufgeklärt über das Ganze. Und ja, das konsumierte, ich habe wirklich vier, fünf Tage, oder vielleicht sogar wie war es? Was war der Unterschied? Also, wie es sich anfühlt so, Mensch. Ja, die Heroin, du wusstest gar nicht, was das genau ist. Du hast es auch nicht gesehen. Genau. Es knifft, es knifft, es knifft, es knifft, ich habe aber gemerkt, es ist nicht euphorisch. Es ist wirklich so beruhigend. Also ich werde sicher mit Cannabis vergleichen, aber es ist wirklich ruhig und vergiss. Du bist natürlich sorgenfrei, natürlich so. Man hat das Gefühl, man ist sorgenfrei. Und es gibt so eine Wärme, es ist so, du bist zufrieden in diesem Moment. Du bist aber nicht euphorisch, wie auf Koks oder so, du bist wirklich zufrieden. Machst dann auf, wenn du es nicht mehr hast, am 5. Tag vielleicht, dann merkst du, dir geht es voll verschissen. Dann denkst du, ja, auch noch ein bisschen Kater oder irgendwie von dem Zeug. Dann denkst du, es geht dich immer schlimmer. Wenn du ab dann noch checkst, gehst du vielleicht googlen oder alles, wenn du merkst, du bist auch abhängig. Körperlich. Und dann bist du dann, entweder machst du den Kalt im Zug oder gehst du wiederholen. Bei mir ist es dann das zweite gewesen. Ab dann habe ich eigentlich jeden Tag meinen Stoff nachsäcken. Wenn man dann ihre Akte weiterliest, merkt man aber, es ist dann irgendwann, hat es eine Suchtverlagerung, so hat man es in der Fachsprache, zu Alkohol gegeben. Ja. Es gibt da so einen Eintrittsbericht von der Klinik Südhang. Das ist so eine auf Alkohol spezialisierte Einrichtung. Genau. Und dort steht Zuweisungsumstände, also du hast dann einen Entzug gemacht von Heroin, hast dann ein Substitut genommen, von dem hast du auch wieder einen Entzug machen müssen und dann ist es auf Alkohol verlagert. Und da steht, bis zu drei Flaschen Vodka pro Tag, Cannabis, zwei bis drei Joints, Benzo und Kokain. Das ist ein crazy Mix. Als Ausserstander schon, ja. Also drei Flaschen Vodka, ich glaube, ich werde tot auch. Ja, das musst du anbauen. Genau. Fast langsam anbauen. Genau. Nein. Aber war es dann die Alltage? Drei Flaschen Vodka pro Tag? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Also ich wollte es auseinandernehmen. Es war alter, aber wie lange? Es war eine Zeitspannung. Es war bewusst, mit dem Alkohol so viel zu trinken. Ich habe den Entzug vom Severolong nicht so gut verkraftet. Also ich habe den Entzug gemacht. Severolong ist das Substitut vom Heroin. Genau. Der Entzug ist recht heftig, vor allem bei dieser Menge 1200 Milligramm, die ich dann verschieben hatte. Das ist recht krass. Und dann durfte ich gehen und gesagt, ich würde sicher nicht wieder Heroin nehmen. Das nicht. Ich würde auch nicht Tablete wieder aufbauen. Dann war ich auf Null. Einige Tage habe ich gemerkt, es war ein bisschen stabiler, aber ich könnte, also ich würde normal laufen einigermass. Ich habe gesagt, ich würde hier gehen und dann muss ich mal zufen. Vorher hatte ich nie das Problem mit dem Alkohol, dass ich so viel Alkohol trunk. Und dann habe ich das wirklich so ein bisschen echt genommen, dass ich dann die Zugwässer überstehe. Und ich bin dann in einem Monat zwei Abhängigkeiten vom Alkohol und habe mich dann sofort entschieden, dass ich den Zug vom Alkohol jetzt noch mache. Wenn ich so drüber schaue, was du alles konsumiert hast und auch die Menge, dann frage ich mich, wie finanziert man so einen Konsum? Oder von wo ist das Alkohol? Ja, das fragen sich viele Leute. Wie finanzieren sich die auf der Gasse oder auch immer ihre Drogen? Bist du mal auf der Gasse oder bist du in einer Das muss man auseinandernehmen. Ich war auf der Gasse unterwegs, habe dort Züge verkauft, aber ich hatte immer eine Wohnung. Ja, genau. Aber man ist ja gleich auf der Gasse unterwegs. Oder man kann auch in der Stadt sagen. Das klingt schöner. Aber du hast jetzt gesagt, du hast das Geld verkauft, also für deinen Konsum zu finanzieren, hast du mit Drogen gedealt? Ja, genau. Sagen wir sie, ich habe für 200 Franken so etwas gekauft, habe aus dem vielleicht 400 Franken gemacht. Ja, wahrscheinlich nicht, wenn man es so zahlenmässig nicht so einen schlechten Deal. Nein, es ist nicht ein schlechter Deal, aber so dann bekommst du er nicht so gut. Das ist natürlich dann gestreckt, oder? Ja, genau. Also du hast es gestreckt? Ja, genau. Zum Weiterverkaufen? Okay, aber das haben dort Konsumenten nicht gemerkt? Zum Teil habe ich es sogar gesagt. Das kann man zum Teil recht offen kommunizieren. und man weiss dann auch recht schnell, wer hat was. Das ist wie du, du gehst einkaufen, du hast auch gehört, dieser Pack, hm. Du hast vielleicht noch von vorgestern ein Gipfel rum oder etwas. Aber du weisst auch, der hat einfach sehr gutes Zeug. Aber das heisst du, wenn du es gestreckt hast, dann wusste ich auf der Gase, der Nico, das ist nicht die beste war. Ja, aber wenn dann niemand mehr hat und die Leute aber das brauchen, spielt es keine Rolle mehr, ist das gut oder ist das schlecht. Ja, aber ich habe es gestreckt, dass ich es über die Runde bekam. Und das ist ja schon verdammt teuer. Es ist krank. Aber du willst, du musst wirklich, also ein Gramm ist etwa 100 Franken. Aha. Das ist jetzt Kokain. Ja, genau. Also für 1'000 Franken hast du 10 Gramm. Aha. Wenn du aber für 5'000 einkaufst, hast du dann nicht 50 Gramm, sondern dann ist es anders. Dann hast du dann vielleicht 70 Gramm. Weil dann die Menge, dann kommt es dann schon. Von diesem Zeug musst du wirklich viel Geld herlegen, damit es sich dann lohnt. Ja, wir schauen jetzt mal, wenn ich da weiter blätter, jetzt wieder im Gutachter, glaube ich. Schuldfähigkeit steht hier. Die Tatvorwürfe, versuchter Raub, Nötigung, mehrfach Widerhandlung gegen das Betäubungsmittel und Waffengesetz, geringfügiger Triebstahl, sowie Übertretung des Personenbeförderungsgesetzes leugnet er nicht. war es schon eine heftige Zeit. Ja, wenn man es so liest, kann man es als heftig anschauen. Aber es ist ... Ja, es ist ... Aber ich finde, es ist ein bisschen die logischen Punkte von jemandem, der konsumiert hat und selber kein Geld hat. Es ist wirklich Drogen- und Beschaffungskriminalität zusammen. Es ist nicht eine Entschuldigung, aber ich erkläre sie hier. Und das ist so ein bisschen ... Ja, was machst du in diesem Moment? Es ist wirklich schwierig, es ist schwierig zu erklären, oder ... Nein, es ist nicht schwierig zu erklären, aber es ist schwierig zu verstehen, sage ich mal, wenn man es nicht ... wenn man es selber nicht so kennt. Und das ist ... Ja, klar, es ist ... Aber jetzt ... Nehmen wir mal das Waffengesetz. Ich meine, es ist nicht mal ... Ich hatte dann Besuch von der Polizei zu Hause und da liegt irgendwie ein Messer bei mir auf dem Tisch rum, das hier verboten ist. Ich weiss nicht, es ist nicht nur das Klappmesser gewesen, aber ich klinge zu lassen und ich weiss es nicht. Und es ist eine Anklage wegen des Waffens gesetzt. Oder es ist ... Wenn man es so läuft, es ist krass, es hatte auch neun zu Hause 9mm oder so. Oder es ist alles so ein bisschen ... Und dann haben sie gesagt, hey, ich verstecke ja das Metting auch nicht. Dann das Metting oder so. Und dann habe ich aber gleich eine Anklage bekommen, weil das Messer nicht wie legal ist. Aha. Und ... Und dann, wenn man den Raub anschaut, schau, das ist ... Raub. Das ist ... Jetzt war das Basel auf der Gasse. Es war irgendeiner ... Also einer auch vor der Gasse. Es war irgendeine Diskussion zusammen. Und plötzlich mangelt das. Ich überkomme aber uns mit den Krückenkring. Du wangst das Zeugwerk, dann hast du Raub. Ich weiss es nicht. Es ist einfach ... Es klingt sehr krass. Ich will es nicht beschränigen. Und so. Aber es ist ... Vor allem unter diesen Umständen, wie es war mit den Abenzen, so zum Teil dann in Basel. Ja, ich habe zum Teil gar keine Erinnerung. Es ist so. Okay. Ja. Auf der Seite 38 von diesem Gutachten ist mir ein Satz aufgefallen. Da steht ... Er betont, dass er froh ist, dass er aktuell in so guter Verfassung ist, Mut, Ziele und Zukunftsvorstellungen hat und überhaupt noch lebt. Also ... Hat es Momente gegeben, in denen es knapp war? Selbstverständlich, ja. Also ... Oder das ist ... Das ist halt auch wieder ein Punkt, der schwierig ist zu stehen. Aber jeder, der konsumiert, weiss ... Also ... Vor allem die Leute, die spritzen, sage ich mal. Das ist wirklich das Klassische. Das geht direkt ins Brut. Und ... Jeder, der das macht, aber auch wenn man es irgendwie danach nimmt oder das ... Jeder, der das konsumiert, weiss eigentlich, jeder Konsum kann der Letzte sein. Das ist präsent. Die Leute sind nicht unbedingt dumm, zu konsumieren, sondern einfach fahrlässig. Und dann weiss das ... Und darum sage ich das so ganz klar. Also ich kann froh, dass ich noch lebe. Oder? Und das ist zum Teil knapp geworden. Ja, ich war auch schon im Spital gewesen, wegen ... Wegen Überdosis. Äh ... Ja, der wird es eng. Sehr eng sogar. Und darum bin ich froh, ja. Das ist ... Aber man weiss, man rechnet mit dem, und man ist dann ehrlich gesagt, recht im Scheissinnen, dass Semo scheissegal ist. Also ich habe nicht gesagt, hey, weisst du, wenn ich nicht mehr lebe, dann ist es halt so. Sorry. Das ist eh nicht schön, so wenig zu fühlen momentan. Es ist so nicht schön. Es macht keinen Spass, keinen Sinn, für was stehst du am Morgen auch für das Zeug zu jagen, dass du wieder Stoff hast. Also wenn ich zu viel nehme, wenn ich zu viel trinkst und dann trage, ist eigentlich ... Also das ist dann ... Gleich, ich sehe es natürlich anders. In der Suche von dann, wie ich es dann habe gesehen, oder? Also ... Genau. Wenn man dann weiterliest in diesem Gutachten, wirst du ähnlich zitiert, im Sinn von ... Dir sei bewusst, dass das Gefängnis vielleicht kürzer Weg wäre, aber er wisse auch, dass das Mälchenbühl, also hier die Teravecchia, seine letzte Chance sei, er wisse, was auf dem Spiel stehe. Um was ist dort genau gegangen? Ja, also es war eigentlich bei Gerichtsverhandlungen. Also dort haben sie mir klar gesagt, dass ich eigentlich wusste, das haben wir im Staatsanwalt gesagt, das haben wir als Gerichtspräsidentin gesagt gehabt, dass sie wissen, dass solche Massnahmen eigentlich länger gehen als die Haftstrafe. Also es gibt Optionen, entweder in den Knast oder eben so wie eine Massnahme bei der Institution. Genau. Im jeden Fall eine 60er-Massnahme. Ähm, Artikel 60. Das ist ein längerer Weg, aber ... Was bringt mir den Knast? Und ich habe das gesehen, und zum Glück auch die anderen, die, die mich ja angeklagten, und auch die Richter, die haben auch gesehen, also ich war ja schon im Gefängnis zuvor, und ich habe auch gleich weitergemacht, das ist so ein bisschen ein Argument, ich habe gesagt, ja, das ist seit einem Jahr fast gesorgt, und das kommt raus, und ich mache genau gleich weiter. Und, ähm, das Gericht hat dann so wie andere, also gesehen, dass das eigentlich keinen Sinn macht, und darum haben sich die 60er-Massnahmen gegeben. Und das ist so ein bisschen ... Es lohnt sich sicher mehr. Also klar, ich meine, schon hier, was ich erreichen konnte, und alles, das zeigt eigentlich schon viel. Ja. Hey, etwas, was mir auch aufgefallen ist, alles das hier weiter hinten, ähm, er habe jetzt ca. 120'000 Franken Schulden. Ja. Du bist 33, wie zur Hölle kann man 120'000 Franken Schulden machen? Das muss man ... Das ist dann beim Dings gewesen, beim Gutachter, und er hat gefragt, dann hat er schon gesagt, ja, es müsste auch etwa 110'000 Franken sein. Also ich habe mir mal etwas verschätzt, ich bin dann irgendwann auf das Betriebsamt gegangen, da sind wir vielleicht bei 40'000 gekommen gewesen. 40'000, so, ist natürlich auch nicht ... Ist auch nicht so geil, aber ... Nein, aber es ist ... Darum habe ich es dann nicht mal so angesetzt. Ja. Auf jeden Fall hat es dann ein Urteil gegeben, ähm, und ... Da steht dann, der Vollzug der Freiheitsstrafe wird aufgeschoben und eine stationäre Suchtbehandlung angeordnet. Also das heisst, das ist wie die Massnahme, dass jetzt hier bist. Genau. Und jetzt bist du hier, und ... Jetzt nimmt es mich unter, weisst du, das sind so deine Pläne. Ich gehe vorne schauen, ich habe da auch in diesem Gutachten gesehen, er möchte Kranführer werden, oder die Kranprüfung machen. Mhm. Warum? Ja, so ... Das ist jetzt angeordnet worden, die ... die Massnahmen, und da muss man sich überlegen, was kann der, was kann der, was kann der Zukunft? Wenn ich vorher nicht da war, habe ich nichts gehabt, kein Abschluss, irgendetwas. Und dann habe ich mir überlegt, das Kranführer, wie komme ich vom Bau, und habe viel die Kran gesehen, selber bedient, auch ohne Ausweis, um zu dem zu kommen. Ich dachte, das wäre sicher ein Ziel hier. Bloß selber die finanziellen Sachen angehen, wie, 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 die Abendskleber einfädeln. Ja, und das sind auch die Pläne. Und weitere Pläne würde ich sicher hier in Gesprächen ansehen. Also, ich meine, das ist der Anfang alles. Muss man zum Teil sicher auch beraten von Leuten, die hier sehr viel Erfahrung gemacht haben mit solchen machen. Jetzt bin ich gespannt. Danke vielmals. Ja. Danke, Def. Du fingerst runter. Und ich melde mich. Ja. Alles gut. Ciao, ciao. Okay. Okay. Das ist ja jetzt ein crazy Gespräch gewesen mit Nico und den ganzen Akten. Sam, kann ich schnell noch zu dir? Ja, ich vermute. Vorbeikommen. Ich war jetzt gerade bei Nico für die erste Folge. Mhm. Und jetzt würde ich gerne mit dir noch eine kleine Einschätzung drauf aufnehmen. Ja, schau, ich gebe dir da so ein Mikrofon. Wer steht? Genau. Ja, genau. Ja, hey, jetzt. Es war mega spannend. Ich bin mit Nico die Akte durchgegangen. Aber zuerst auch, wer bist eigentlich du? Mein Name ist Sam Blünker. Ich bin der Betriebsleiter von der Sozialtherapie Malchenbücher. Ich arbeite seit 18 Jahren für die Stiftung der Avecchia. In der Leitung von diesem Betrieb bin ich seit fünf Jahren. Jetzt begleite ich mich ja mit Nico hier bei TeraVecchia und ganz früh seine Drogenkarriere angefangen. Er war im Gefängnis. Er hat die Schuld irgendwie, ja, auf seine letzten 33 Jahre zurückgeschaut. Für mich extrem krass. Ist das von den Fällen, die er hier hat, ist das ein klassischer Fall oder ist er so ausserordentlich? Also, ich glaube, ein klassischer Fall, so kann man nicht sagen, weil es gibt nicht einen klassischen Fall. Jeder von unseren Klienten und Klientinnen ist individuell und ganz anders. Aber wenn man seine Achten so durchliest, hat es viele Elemente drin, die ich auch in anderen Biografien immer wieder lese. Und von daher ist es nicht so, dass man muss sagen, es ist etwas Ausserordentliches. Viele von diesen Elementen, schwierige Kindheit, frühen Drogenkonsum, das ist etwas, das wir auch in anderen Fällen kennen. Ich bin mega gespannt, wie es jetzt weitergeht mit ihm. Ich begleite ihn jetzt ja ein ganzes Jahr lang hier in der Sozialtherapie. Und für mich ist es mega schwierig, so zu beurteilen, was das alles für Wäge könnte nehmen. Was hast du das Gefühl? Oder was ist deine Prognose? Wie macht sich jetzt der Nico? Typisch für unser Arbeitsgebiet ist das eigentlich fast nie so rauskommt, wie man genau denkt. Aber ich finde, er hat wahnsinnig gute Voraussetzungen, er ist motiviert, das gelingt ihm gut, seine Abstinenz, Aufrechtsverhalt, er hat Ideen und Pläne, wo er hin will, wo ich denke, doch, wir können ihn auf diesem Weg gut unterstützen. Ich bin gespannt, wie das jetzt in diesem Jahr mit ihm weiterläuft. Danke für die Einschätzung und wir sehen und hören uns wieder. Der Podcast Nikos Letzte Chance ist im Auftrag von Stiftung Teravecchia zu ihrem 50-Jahr-Jubiläum entstanden. Produzent bin ich, Matthias von Wartburg, dramaturgische Beratung Sabine Meyer, Musik- und Audiofeinschliff Thomas Baumgartner von Schallhaus Musikstudio, Grafik Marc Brunner von Büro Destruct. In dem Ganzen geht es um mich, Nico, die Stimme ist echt, den Namen natürlich nicht. In Folge 2 erfahren wir, dass Nico seine Kindheit in Hemenschwanz alles andere als heilen Welt war.